Jetzt ein bisschen mehr. Vorher schon das super Vibe und jetzt noch eins drauf. Ich weiß noch nicht, wie es euch gegangen ist oder Ihnen, liebe Zuschauer, aber mein persönliches Highlight im Laufe dieser Trainingseinspielung war das Auftreten von Dirk. Können wir uns das nochmal ganz kurz anschauen, was das schön war? Ihr liebe Regie, Kurti. Hallo. Baby, Dirk Heidemann, wie er lebt und lebt und liebt. Nach diesem Auftreten. Ich dachte, ich mache es heute mal ein bisschen schlichter. Heute ein bisschen was Dezentes. Kann man dich auch für Kindergeburtstage buchen? Ja, ich habe immer heute für Niederfarbe. So Österreich, wollen Sie die Diva Masterclass lernen? Heute, wir Diva in die Steps. Da komme ich jetzt mal runter und gehe mal an der Kamera vorbei. Dagmar Koller in der ersten Reihe. Und die Dagmar ist die Diva. Die braucht das nicht lernen. So, wir sind zwei Wochen vorm Live-Ball. Das heißt, wir haben heute mal den Toleranten Freitag. Und alle stehen mal kurz auf, bitte. Herren wie Damen. Geht ganz schnell, liebe Regie, kein Stress. So. Inside Edge of Toe. Wir können... Also das weiß jeder. Also bitte, die Mermaid Position. Feige. Position 1. Position 2. Position 3. Lauter Diva habe ich im Studio. Das war es. Okay. Und das hat sie toll gemacht. Kirk Heidemann. Wirklich, hat sie super gemacht. Okay. Hat sie auch toll gemacht. Schön. Die Diva Masterclass jetzt für ganz Österreich. Samba war auch nicht schlecht, oder? Nicht nur die Diva, sondern auch Samba, Dirk? Ja, ich komme gleich mal wieder. Ja. Das war beweglicher. Das war rhythmischer. Mir haben die Travelling-Logs sehr gut gefallen am Ende. Das war sicherlich noch nicht top. Aber Nicole, Niki, Nicole, Niki. Beides ist richtig gegangen. Es ist wirklich besser. Ja, und ich war immer ein Kritiker. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du das so angenommen hast. Und die Diva Masterclass hier eben gemacht hast. Er hat mich sehr... Voila. Besser. Toll. Ja? Okay. Hoffentlich viele Punkte. Viele Anrufer. Ja, hoffentlich viele Punkte. Das sage ich euch auch. Genau. So, Niki. So, Niki. Also, ich bin... So, Niki.